hallo zusammen ja mara und uhr meldet sich wieder zurück wir sind gut wieder nach hause gekommen es gab keine weiteren probleme so dass wir nun auch unsere videos fertigstellen konnten und sie nun step by step hochladen werden heute ist nun der teil 1 an der reihe ja und da müssen wir zeitlich ein stück schon zurückgehen das heißt wir befinden uns im video jetzt so ende juli anfang august wir werden oben am nordkapp natürlich starten dann den trollen von trollholm sund einen besuch abstatten abstatten und dann rüberfahren nach hammerfest um uns die stadt anzusehen natürlich und südlich dann nach alta zum besuch der nordlicht kathedrale von dort geht es dann weiter da i6 folgend nach hateng am lünnefjord dort machten uns zwei thüringer wohnmobilisten auf den steindartsbreen aufmerksam den ließen wir uns natürlich nicht entgehen und haben diesen besucht um anschließend dann weiter nach navik zu fahren immer der e6 folgend und dort biegen wir ab in richtung schweden und besuchen den abisko nationalpark anschließend dann zum modus weiter modus nationalpark wo wir auch mit diesem video beginnen werden wir wünschen euch schon mal viel spaß ja hallo zusammen hallo unser abenteuer nordkapp ist ja nun beendet ja und nun befinden wir uns natürlich auf der rückreise und machen dabei verschiedene stationen laufen an was wir auf der hochfahrt auf der anreise nicht so mitgenommen haben unter anderem hier den modus nationalpark wo wir uns aktuell befinden und was machen wollen elch hunting bingo ja dazu haben wir uns extra eine wildkamera besorgt die schleppen wir schon eine ganze weile mit die haben wir extra gekauft für solche zwecke haben sie doch nie eingesetzt das wollen wir jetzt einfacherweise mal ausprobieren weil hier im modus nationalpark haben wir schon an verschiedenen stellen die resten also den kot vom elch gefunden und die resten vom elch gefunden und die resten vom elch die ausscheidung genau ja und wir haben dabei dann auch schon mal elche gesehen aber in der position in der situation wo man sie nicht aufnehmen konnte es war dunkel die waren ziemlich entfernt und zugegeben wir waren sehr überrascht dass wir die auf einmal da sahen und auch fast ängstlich dass sie auf uns zulaufen könnten die waren so groß das sind riesengroße tiere das jedenfalls haben wir vor und wollen sehen ob das funktioniert und die daumen ja die müssen wir natürlich jetzt erstmal positionieren wir sind schon ein stück reingelaufen hier in den modus nationalpark und ja allerdings ist das dann bestandteil des nächsten videos wir haben das dann genannt auch elch hunting welch foto safari hauptsache wir finden die kamera dann wieder ja das werde ja dann erfahren aber in diesem video soll es vor allen dingen geben um ein paar stationen die wir hierher genommen haben ja wie zum beispiel ihr habt es in einem short schon gesehen die nordlicht kathedrale von alter oder auch da haben uns zwei thüringer wohl mobilisten darauf ein aufmerksam gemacht den stein dort drehen also wieder mal eine wanderung zu einem gletscher wahrscheinlich so ziemlich mit die nördlichsten dies so gibt ja müsste man annehmen und das sind also so einzelne stationen ehe wir dann hier sind denn heute ist ja nur der erste teil von diesem elch hunting die positionierung der kamera und morgen erst können wir sie dann quasi abholen und schauen was daraus geworden ist und in der zwischenzeit sollt ihr euch nicht langweilen dann könnt ihr das euch anschauen so ihr wollt ok also auf geht's bleibt dran auf geht's Auf der Rückfahrt vom Nordkap bieten sich uns natürlich auch wieder ganz tolle Ausblicke. Es ist eben nur die andere Richtung. Auch Renntiere kreuzen wieder unseren Weg. Unser erstes Ziel sind die Trolle von Trollholmsund. Es ist eine spezielle Kalksteinformation. Aber interessanter ist eigentlich die Sage um die Trolle von Trollholmsund, denn eigentlich sind das Trolle, die versehentlich ins Tageslicht kamen. Und als die ersten Sonnenstrahlen sie trafen, wurden sie versteinert. Und das sind sie halt bis heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und unsere nächste Station ist Hammerfest, wo wir als erstes ein Schiff der Urtigrouten, die Nordkap. Und hier hoch oben über Hammerfest haben wir auch unseren Stellplatz. Und diese Renntiere begegnen und besuchen uns am laufenden Bann. Einfach ein fantastischer Blick von hier über diese Stadt. Auch kann man hier oben sehr schön wandern in diesen Gebirgen, die direkt angrenzen. Und auch ein Museum gibt es. Was uns ganz besonders interessiert und fasziniert, sind diese Gesteinsformationen. Die Kirche vom Hammerfest ist unser nächstes Ziel, welches wir besuchen möchten. Sie ist im Stil der Sami, der typische Stil hier oben, gehalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und weiter ging unsere Reise zu unserer nächsten Station, Alta, mit der Nordlichtkathedrale. Musik 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 Unseren Stellplatz hier haben wir auch wieder aus Park4night gefunden, ohne Service. Aber man kann übernachten und man kann rund um Alta wunderbar wandern. Musik Musik Und weiter ging unsere Reise nach Hateng am Lüngefjord mit dem Steindalsbreen. Musik Der Nibel hat sich verzogen und die Flut hat auch den Fjord wieder gefüllt. Und so präsentiert sich uns eine fantastische, eine wunderbare Landschaft. Musik Der Stellplatz Hateng liegt an der E6. Wir fanden ihn auch wieder in Park4night. Und ja, in einer wunderbaren Traumlandschaft, so wie ihr hier seht. Er hat verschiedene Einrichtungen, Stellplätze, die entweder auf Asphalt oder Schotter gelegen sind, so wie wir halt standen. Er verfügt über Ver- und Entsorgung und über einen kleinen Sami-Shop, wo man entweder Kaffee trinken kann oder sich auch mal ein Souvenir mitnehmen kann. Und von hier starten wir unseren Trip zum Steindalsbreen. Musik Musik So, und heute sind wir unterwegs zum Steindalbreen. Wir haben einen Gletscher, den wir gestern von zwei Thüringern, oder einer Gletscherwanderung, die wir jetzt machen wollen, die, äh, zum, nicht in, genau, zum Gletscher, die wir gestern aber von zwei Thüringern erfahren haben. Und die offensichtlich ganz prima zu laufen ist. Etwas lang, also Durchhaltevermögen, jeder gefragt. Aber schauen wir mal. Musik Ja, und hier könnt ihr euch vorstellen, warum das kräftig auf die Conti geht. Ja, und hier könnt ihr euch vorstellen, warum das kräftig auf die Conti geht. Ja, und hier könnt ihr euch vorstellen, warum das kräftig auf die Conti geht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also dieser schlichte Stil, den wir hier sehen. Läuft man noch ein Stück weiter, so kommt man zur Bahnlinie. Diese verbindet die Gruben der Stadt Kiruna in Schweden mit dem letzten eisfreien Hafen Norwegens, Narvik. Und am nächsten Tag geht unsere Reise weiter und das Wetter ist, wie ihr hier seht, noch immer ganz schön schaurig, ganz schön, ja auch regnerisch. Und hier seht ihr auch bereits, was unsere nächste Station ist. Es ist der Moodles Nationalpark. Wir sind am Elchhanding angekommen. Die sind sehr stabil. Okay. Prost. Prost. Genau. So schön, dein Mutter Natur. Ja, die Kamera ist nun montiert. Wir haben vorhin noch mal kontrolliert, alles ist in Ordnung. Jetzt bleibt nur noch zu warten. Morgen müssen wir also wieder her und können dieses Video vom Elchhanding dann euch erst präsentieren. Aber wir hoffen, euch hat unsere Anreise, die wir ja zwischengebaut haben, als Teil gefallen und mit dem Steindolz-Sprayen und auch Hammerfest und so. Das sind schon auch tolle Erlebnisse gewesen. Mit den Rentieren. Mit den Rentieren da. Absolut super. So dicht sind wir noch nie rangekommen. Nee, auf jeden Fall auch von der Menge, was da, also das war schon beeindruckend. Okay, also wir sehen uns morgen wieder. Genauer gesagt eine Woche später, denn so lange brauche ich dann zum Schneiden. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eben noch Sonnenschein, jetzt Gewitter. Kurz nach dem Prachtestgleich. Kurz nach dem Einkauf im Rema 1000. Gerade noch rechtzeitig wieder ins Wurmurein geflüchtet. Vorher geht's um Katze. Jetzt geht's um Katze. Zum nächsten Mal. Vielen Dank.